Servus liebe Volleyball-Fans! Nach fünf Spielen in zwei Wochen habe ich endlich Zeit meine neuen Schuhe zu testen. Wenn ihr neue Schuhe wollt, neue T-Shirts, schaut mal auf Big Player Volleyball.de. Da läuft gerade die Black Week. Schaut einfach mal rein, wenn ihr irgendwas braucht zum Volleyball-Spielen für eure Freunde zu Weihnachten. Ich hoffe, vielleicht kommen ein paar mit euch am Samstag zum Spiel. Bis dahin, ciao!